Ich finde es extrem wichtig, die Möglichkeiten, die uns der Zwinner bietet. Wir waren auf der Vergangenheit auf der Suche nach einer professionellen Fotokabine, sind dann auf den Zwinner gestoßen, der ja noch viel mehr kann. Der Kunde kann von zu Hause aus wirklich entscheiden, das Fahrzeug zu kaufen. Er hat viel, viel bessere Möglichkeiten, als die wir bisher hatten, über Fotos, über Videos. Diese Bilder lügen nicht. Er sieht die Schäden an dem Fahrzeug. Transparenz, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Seriosität. Das sind wesentliche Attribute, die wir erleben wollen. Und der Zwinner hilft uns dabei.